Servus, grüßt euch bei uns da wieder mal in Waldstetten. Ja. Wir haben einen Tag gespult. Haben wir einfach nichts mehr zum Tag gehabt. Und jetzt müssen wir heimachen. Und ... Da füllt auch die Ernte drauf. Einen kleinen Baum hätten wir weggemachen gehen. Da wird einiges zum Umschwall ab. Da ist auch noch ein Baum. Dann müssen wir es dann auch noch kommen. Ah, das ist gut. No, das ist gut. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2019 ZDF, 2020 Ich bin auf der anderen Seite. Also lass mir dein Netto fahren, den Helfer, soll er so fahren, heisst. Ich fahre jetzt noch weiterfahren. Ich fahre jetzt von oben auf. Ich fahre jetzt von oben auf. Ich fahre jetzt von oben auf. Weil das oben machen wir noch manuell. Und das unten. Das kriegen wir ja dann. Ich fahre jetzt von oben auf. Da müssen wir die ganzen Tassen kommen. Dann müssen wir die ganzen Tassen wieder wissen. Dann müssen wir noch schnell mit der Hände. Da lang nehmen wir das hier rum. Mal zusammen schwadern. Aber ich muss auf der Stwenden. Dann auf der Stwenden da hier rum. Dann ist es. Ich sag gerade, das ist auch mit dem Schmarrer. Ich sag gerade, das ist auch mit dem Schmarrer. Ich sag gerade, das ist auch mit dem Schmarrer. Das ist auch mit der Schmarrer. Ich sag gerade, das ist auch mit dem Schmarrer. Gut. So. Ich weiß, wir haben einen Hechtfallbein jetzt. Und wir holen uns in Wänder und Dämmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, man muss aufpassen, nicht, dass der Warnersiefer kommt. Der Warnersiefer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das heisst mir viel mehr im Komposter und in Isch-Version. Und da glaub ich könnte man vielleicht sogar mit zwei, drei Vögel langer. Da müssen wir nicht mit den ganzen Sachen so weit fahren. Dann gehen wir beim nächsten Mal wieder heimachen auf der Erwiese. Jetzt schauen wir mal, ob man das auch eine Hilfe macht. Dann schnappen wir uns den dritten Traktor und den Frontladen runter. Und dann schnappen wir uns den dritten Traktor und den Frontladen runter. Das wird bald drückt. So können wir da wahrscheinlich nicht mehr durchgehen. Das haben wir gedacht. Da kommt jetzt auf das Bine. Das ist der Grund. Das war's. Der Geräte, der Bine Ave, der in den Bereich des Binschraut. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also in der Bine Ave, der in der Bine sind. Der in den Bereich des Bines. Der in den Bereich des Binnen Rums. Der in die Bine, der da die Bineschen, Schau, hier würde ich das auch noch bringen. Schau, hier würde ich das auch noch bringen. Schau, hier würde ich das auch noch bringen. Jetzt müssen wir jetzt sauber zwei Donner gehen. Schau, hier würde ich das auch noch bringen. Schau, hier würde ich das auch nicht glauben. Schau, hier würde ich das auch nicht verschwinden. Oh Mann! Gut, das hilft nicht. Es ist nicht schön, was wir da haben, aber wie gesagt, das hilft nicht. Schau, hier würde ich das auch noch bringen. Schau, hier würde ich das auch noch bringen. So, jetzt eine angenehme Zeile soll es werden. Schau, hier würde ich das auch bringen. 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 Jetzt müssen wir Schluss machen wie heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da gehen wir weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Like da. Lasst uns einen Kommentar da. Ich hoffe, euch da bleibt geil. Bis zum nächsten Mal.